ja was von hier ist alles ein wenig eintönig warum hier darum und darum kommt ja gleich so okay müsste eigentlich jetzt noch mal doch mal ein linienschiff und noch mal eigentlich müsste ich ein linienschiff bauen naja das ist ein bisschen schneller gemeinsam triumphieren wir mal schauen genauso wie letzte Saison Tendenz minus 15 ja ich hab ich hab ja keine was ist das denn Museum Hummien Banage Expeditionsbonus glaube Minus 10 Geckos im Zoo Spielstand sie um ja es ist sie ist gerade etwas wenig brauchst du eigentlich was was habe ich ihnen gesagt ich habe nichts hast du noch nicht gesagt du Idiot ihre Hilfe ist immer willkommen heute hege ich keine Wünsche Kiste mit Alkohol Rathaus Ausstandsgefahr Minus ey ich wollte es gerade wie wärs mit ich weiß das zu schätzen die Waffenruhe wurde beendet so was äh ah in der neuen Welt wo fahren die denn hin der Eissturm Gefahr im Schnee als der wütende Schneesturm sich legt erkennt das Erkundungsteam dass der vorausliegende Bergpass blockiert ist einige glauben dass raue Terrain könnte überquert werden während andere eine Abzweigung nicht weit zurück gesehen haben etwas über zum Überqueren des Geländes anfertigen die Abzweigung nehmen ähm ja ich hab ich hab ja genug die plumpen Schneeschuhe alter Versagen was ist denn los hier wir sollen noch mehr Tote anräufen nein ich brech's ab meine Güte äh so liefern sie sieben Tonnen sieben Tonnen Kanonen und äh ähm wie mache ich das jetzt ich habe eine halbe Stunde Zeit ja okay dann ähm wann kommen denn meine zwei Schiffchen da kommen sie neue Ziele nein sie kommen nicht wieso kommen sie nicht ich hab gesagt dass sie hier hin gehen sollen nein so gut äh zur Zeit haben wir nur einen äh ein Ochsen oder also uns geht das Material aus Jahrhundern die kommen schon und als kostenlos zwanzig 300 steinen kann kann ich jetzt auch äh verkaufen 200 runter achso das ist Stein ok so so mh 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 uns eigentlich gerade die waffenruhe wurde beendet sehr sehr gut wie siehst dann hier aus kultur 13 immer wieder die gleichen gesichter metzgerei minus 30 umweltverschmutzung traum ziel landschaft st von der männte 13 Juli das alles hier kommt mir bekannt vor Prozent geht mal ganz da hinten hin zu finden zu ja okay der könnte auch besser gelegen sein aber wo Spielstand gespeichert Kriegsschiff meldet sich zum Dienst also der kann der kann der kann anscheinend Prozent nicht Prozent die die Handelsgute zwischen den Welten ja unterstützen oder also verfolgen geht anscheinend nicht gut also du hast volles Happy du hast halb Happy was ist das jetzt eigentlich ihr Schiff explodiert innerhalb von zehn Sekunden und fügt Feinden an den Treffer hier also also je nachdem wie stark das Schiff ist okay um keine Ahnung keine Ahnung wofür wofür das ist aber warte ähm hier kann ich jetzt doch mal ein Reparatur und ich baue mal ein bisschen eine Verteidigung auf zugegeben sieht ganz so aus als wären deine Leute zum Kämpfen bereit Sie tun was nötig ist um Haus und Hof zu schützen manchmal muss man einfach an anderen Leuten eine Lanze brechen ja finde ich auch so mhm Anlegestellen Schiff unter Beschuss warte ich komme gleich warte da da Schiff 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 nicht jedes Risiko zahlt sich aus welches Schiff ich verneige mich vor ihnen wir lahmen etwas alter heute ist nicht ihr Glückstag ein Schiff wurde zerstört echt jetzt der hat der wow 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 Okay, das hat mich etwas überrascht. Heute ist nicht ihr Glückstag. Was geht denn mit denen ab? Ich gehe zurück hier ohne was. Ja. In die alte Welt gehst du? Ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ach krass. Zuerst schaue ich, was es hier zu holen gibt. Die haben einfach eine Kriegsschrift von mir platt gemacht. Was geht denn? Bruder übernehmen. Jetzt, nehmt es doch mal auf. Ja genau, das ist der Bewegungsgeschwindigkeitsstück. Und rum ist auch gut. Und Segel sind auch gut. Spielstand gespeichert. Dann würde ich mal hier, äh, bisschen was hinbringen. So, also, der geht zurück. Ja. Und jetzt, äh, in die alte Welt. Ja. Gut. Ähm, dann muss ich auch in die alte Welt wieder und füße. Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vater. Holter die Polter. Zerstören sie zwei Fregatten. Ui. Ähm. Lotto bereit. Bin das jetzt? Admirals auf der Brücke! Bring Gattel und Flaggschäf. So. ich habe jetzt genug dann baue ich hier zwei flaggschäfer noch ganz genau so und jetzt gebe ich hier noch mal eine zweite anlegestelle und genau hier 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 ich sage jetzt zwei fregatten zu stellen wo denn hier unten ob die fregatte treffen die sich mal hier hat er in der fälle noch nicht los weil dann dann ist der hier und die anderen brauchen noch ewig so also genau ich muss jetzt aber auch ein schiff bauen kann ich erkannt ich kann doch Prozent 2 Anlegerhäfen bauen dann baue ich hier noch ein Lagerhaus und hier baue ich jetzt dann noch mal eine Frikatte die hat zwei oder zwei Lagerplätze ah sogar drei das ist gut eine neue Welt dann kommt denn hier eigentlich endlich ähm die Route hin Routenplan die war noch nicht dann holst du am besten alles bei den ganzen rum und wie viel rum hast du momentan 155 genau und du kannst insgesamt 200 ein bisschen mehr und das ist in Ordnung Schiff unter Beschuss alles bereit Kurs setzen Spielstand gespeichert die schießt doch jetzt auf den Laufen Koordinaten Mann Lotte geht auf hat oder die schießen doch jetzt wir tun sie nicht die hat schon der Eisenbahn Alter ich bin ein bisschen langsam wir hätten häufiger zusammen Tee trinken sollen wieso ähm ok 900 ok dann rüst ich mal auf und zwar hier auch noch mal und dann hier auch noch mal und dann hier auch noch mal so nicht möglich der ist doch gleich hier ich dir jetzt ach dann steifst du halt nicht auf äh oder ich baue halt hier noch einen Markt hin das ist jetzt nicht schön so sonst jetzt brauchen die stoff hospital die hospital hat der ende ist echt krass die die können hier nicht durch und hier in der tatsache ist das sieht nicht so schön aus Schiff und der Beschuss warte wurde da hat er die schiff ist von der überfahren zurückgekehrt auf ihren befehl die es mit einem kaffee sie spielen schon seit zwei stunden schiff unter beschuss neue befehl warte das ist ja sowieso die plattbar berufsrisiko ja schiff unter beschuss auch die alte dame ist verlass schiff vom stapel gelaufen steuermann schiff unter beschuss was ah rum super warte wo alles bereits jetzt mache ich jagd auf hart gespeichert schiff her alter echt jetzt um wir schneller ist die Piraten Lady jetzt hast du ein Problem jetzt hast du ein Problem neue Befehle Admiral Siegurken wunderschöner wunderschöner Name bald klingt dein Blut all die sagenhaften Länder existieren wirklich es ist kein Regen solange dein Kopf nicht davon blutet wo ist die Seegurken da ist die Seegurken ich werde niemals seekrank die Waffenruhe wurde beendet bringt das was ähm das da und das da geschick habe ich schon 20 ne dann mach ich noch Rationen aber Alter wieso hab ich nur warte mal Heilkunst wenn ich jetzt Kanonen hintue warte mal da es gibt nur 4 ja 29 Prozent ist echt nix das ist nix Schiff unter Beschuss Schiff unter Beschuss Achtung Admiral anwesend 16 Dinger sind unterwegs W durdursam müsste sein ne gut Schiff vom Stapel gelaufen Kurs gesetzt so neue Ziele Fregatte gut die neue Fregatte wird jetzt gebaut Uiuiuiui also die Piraten nerven doch wirklich warte mal kann ich da ja nix machen leicht erhöht ganz genau bevor ich auch nur einen Knicks mache sterbe ich lieber mit dem Messer zwischen den Zähnen ja wunderbar nicht bevor wir kriegen was uns zusteht wie überschlüssig wie Skorboot gib es einfach her ich schiebe dir deinen Porzellantin dorthin wo keine Sonne scheint na ok dann mach ich dich halbglatt ist mir auch egal neue Ziele ja nämlich ähm warte mal die Frage ist ob ich das ne das kann ich nicht mehr schaffen Mann 16 14 Tonnen mehr das Problem ist halt dass hier das als hätten wir nicht genug Probleme sicher dass dir auch niemand gefolgt ist Spielstand gespeichert das dauert viel länger als die ganze 5 Minuten sorry sei froh dass du keins von meinen kleinen Vögelchen bist ja sei froh dass keine Ahnung sei einfach froh und sei still die alte Welt genau die wollen jetzt äh ich steige empor im gleißenden Streitwagen der Götter alter was bist du denn für einer Baumwolle ok alles klar dann muss ich ich bin zuversichtlich dass wir es jetzt haben neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen sie unseren Meister zu nennen Hauptthema daheim und im Ausland ähm ich brauch mehr Geld sind sind sie natürlich war das jetzt schon Zensur oder bloß Politur wer kann es schon sagen ja und äh wo ist jetzt äh ein Herz das fault lässt in Atem verdorren die schlechten alten Tage sind zurück immer dieser Nerven Kitzel wenn alles glatt geht so warte ich die alte Welt ich schicke jetzt dann mal zwei also den da und den da ähm in Gruppler und in die neue Welt ja weil da brauche ich definitiv unterstützt Lotte erwartet Befehle weil der hat jetzt nicht die die Segel Kriegsschiff meldet sich zum Dienst Sie haben es sind vollends überaus reizend Prozent also jetzt haben wir noch den die Insel geschickt hat sich steht zu diensten Prozent Bewegungsgeschwindigkeit leitet hier also jetzt haben wir zwei Tiere wow da ist ja schon mal was ne so da gehen in gehe ich jetzt mal und du gehst auch da hin auf die alte Dame ist Verlass der ist ja immer noch nicht weg okay gut dann würde ich aber jetzt sagen äh mach mal Schluss und ja vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe euch hat es gefallen und ja ihr seid das nächste Mal wieder dabei und geht das Material aus schon wieder wartet die die fahren doch jetzt immer hier hin vielleicht man sie ja da nochmal mehr mehr Hopfen hinbauen wartet Stein Stein habe ich ja genug äh gut dann würde ich sagen Prozent das ist zu schauen weil er habe ich ja gegründet sei schon wieder 9 9 9 as mir икс weil ich ja ein paar keine inverter das f borst Bis dann. Bye-bye. Bis dann. Bis dann.